Landstuhl oder Landschein. Also egal. Kreis Bern-Kastel-Wittling. Natürlich. Hier große Laster fahren wir durch. Mit der Ruhe ist natürlich dann vorbei. Hier ist ein Imbiss. 200 Meter links. Bistro-Pizza-Allegro. Ist ein Spießgriller wahrscheinlich. Und das ist auch gut so und das soll so bleiben. Hier ist Tinas Treff links. Gehen wir hier weiter. Die Bundesstraße 50. Unser Trecker Audi A1. Der tuckert so schön. So schlecht ist der Wagen ja gar nicht. Letztens hatte ich ja Ford Fiesta. Da war der Punkt genau gleich groß. Ne, das Missing ist besser hier. Landschein. Da hinten kommt noch was. Ah, Zwillingsschwestern. Von der Fahrrad. Von der Fahrrad. Oder auch zum Wadesee. Wir fahren geradeaus. Wittlicher ist das. Das nehmen wir noch mit hier. Hört wahrscheinlich noch dazu. Ausgesiedelte. Nein. Landschein. Doch nochmal. Ortsteil. Wir vergessen jetzt. Zu schnell. Oh, ich fahre jetzt Audi. Ich bin aufgestiegen. Aufgestiegen. Ja. Okay. Ich bin aufgestiegen. So, Landscheid, Ortsteil, Burg, Saal. Das ist der Humse hier. Und tschüss.